Wir stehen hier von der Weihnachtsdekoration, die wir dieses Jahr gemacht haben. Alle haben ein rechtes Arrangement, das sie hier machen. Das ist Martin und Fabian, die hier wirklich auch Freude haben. Sie machen es auch gerne. Und ich denke, wir kommen hier auch immer gute Feedback rüber, auch von den Kunden her, die noch sagen können, es geht auch wieder gut aus. Wir werden hier auch wieder neue Sachen, wir werden wieder überlegen, was wir machen wollen. In den letzten Jahren haben wir immer mit den Sternen, die wir an allen Orten haben, mit den Engeln, die wir gemacht haben. Vielleicht kommen wir wieder mit etwas anderem, wo wir reinkommen. Aber da sind wir immer offen. Hier sind wir jetzt in einem Konferenzsaal. Den Weihnachtsbaum machen wir seit etwa 5 Jahren, als wir den drin haben. Und das ist wichtig. Das kommt erst, wenn der Apfängt anfängt. Wenn wir auf den ersten Apfängt, kommt der Baum. Das Jahr ist gut dabei. Und ich genieße das noch mit der Familie. Das ist für mich wirklich Weihnachten. Also bin ich hier noch. Das ist für mich. Das ist für mich.